Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich über westliche Diplomatie im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland beschwert. Alle reden nur, keiner tut etwas, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Erdogan am Mittwoch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz seien in Moskau gewesen. Auch US-Präsident Joe Biden rede immer davon, dass man im Gespräch mit Russland sei. Aber dabei ist nichts herausgekommen, so Erdogan. Nun liege es an der NATO etwas zu unternehmen. Welche Aktionen er damit meinte, ließ Erdogan jedoch offen. Das NATO-Land Türkei pflegt sowohl zu Ukraine als auch zu Russland enge Beziehungen. Erdogan sagte, die Türkei werde keinen der beiden Partner aufgeben. Die Türkei habe ein großes Interesse an engen Beziehungen zu Ukraine. Ankara verkauft Kiew etwa Kampfdrohnen. Auch die sehr fortgeschrittenen Beziehungen, wie es heißt, zu Russland wolle man nicht aufgeben. Ankara ist unter anderem wegen Gaslieferungen abhängig von Moskau.